Hallo Festivals-Freunde! Das erste Camping Battleground Festival von Idioten für Idioten. Festival Games und ein geiles Line-Up. Der Zeltplatz ist der Headliner. Mit dabei Mr. Hurley und die Pull-Waffe, Metal War of Steel, Infected Raid, Grail Knights, Excrementary Grindfuckers, Kneipenterroristen und noch viele mehr. Viele Games wie Baumstammbox, Flunky Ball, Sackhüpfbattle, Run to the Pot oder das große Topfstang Tau ziehen. Holt euch jetzt eure Tickets. 26. bis 28. Mai 23 in Oettingen. Tickets gibt es unter camping-battleground-festival.de